Wirtschaftsminister Habeck enteignet die Eigentümer der PCK in Schwedt und das hat eine massive Signalwirkung an alle internationalen Investoren und auch für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Die russische Firma Rosneff hatte nämlich 54% Eigentumsanteile an der PCK in Schwedt und diese Anteile stehen ja jetzt seit September unter der Treuhandverwaltung von Wirtschaftsminister Habeck. Und dagegen klagt die Rosneff natürlich und klar würde ich in dem Fall auch machen. Aber neben diesem massiven Eingriff in die Privatwirtschaft gibt es noch einen viel größeren Nachteil. Wir bekommen jetzt nämlich eine Ölknappheit und werden sogar von Polen erpresst. Also das ist echt unglaublich. Alle Details in diesem Video, los geht's. Als allererstes mal zu den Hintergründen. Nachdem Wirtschaftsminister Habeck ja die Anteile der Rosneff verstaatlicht und enteignet hat, hat er ja versprochen sich um Ersatzöllieferungen zu kümmern, die nicht aus russischer Quelle kommt. Aber leider schaltet Habeck daran schon seit längerer Zeit und das sieht nicht so aus, als wenn das besser wird. Und damit hat die Bundesregierung jetzt einfach schon mehrfach bewiesen, dass sie einfach keinerlei Fachkompetenz in Sachen Wirtschaft hat. Und trotzdem meinen sie, dass sie die PCK besser verwalten können, als es die privaten Eigentümer. Eigentümer. Und die PCK ist ja auch nicht die erste Enteignung, die die Bundesregierung letztes Jahr gemacht hat. Die Gazprom Germania wurde ja auch unter zweifelhaften Gründen von der Bundesregierung enteignet und unter Treuhand der Bundesregierung gestellt. Und wie gut staatliche Verwaltung und Privatwirtschaft funktionieren, das konnte man ja perfekt an dem Beispiel des Berliner Flughafens sehen, der mittlerweile dreimal so teuer geworden ist und auch mehr als dreimal so lange gedauert hat. Unsere Ampelregierung kennt einfach die einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht, sehe das Thema Insolvenz, und schmeißt mit Steuergeldern einfach nur um sich. Und beschließt eine neue Rekordverschuldung nach der nächsten. Und es wird einfach null über die möglichen Folgen und auch über unsere zukünftige Generation nachgedacht. Und warum auch? Immer wenn das Geld aus der Druckerpresse kommt, wird einfach der normale Menschenverstand abgeschaltet und ein normales Wirtschaften ist nicht mehr möglich. Und dieses außerordentlich schlechte Wirtschaften der Bundesregierung mit unseren Steuergeldern ist schon schlimm genug. Aber jetzt werden auch noch Gesetze ins Leben gerufen, die wirklich extrem gefährlich für unseren Wirtschaftsstandort sind. Und zwar wurde letztes Jahr ja ein Gesetz im Bundestag verabschiedet, wonach eine Enteignung legitim wird, wenn die Versorgungssicherheit von Deutschland gefährdet ist. Und die Begründung von Habeck war in dem damaligen Fall für Rosneft und für die PCK. Rosneft hat kein Interesse, anderes Öl als russisches Öl zu raffinieren. Und darum ist dann bei einem Öl-Embargo die Versorgungssicherheit in Gefahr. Und deswegen musste die Rosneft enteignet werden. Und das musst du dir mal vorstellen, ja. Erst verbieten wir russisches Öl über dieses Embargo und zerstören damit selber, wir selber, unsere Versorgungssicherheit. Und dann schieben wir das Rosneft in die Schuhe und enteignen sie. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist so, als wenn die Behörden Folgendes sagen würden, wenn du jetzt nicht genug Geld verdienst, um deine Rechnungen zu bezahlen, dann nehmen wir deine Kinder weg. Aber vorher nehmen wir dir noch deinen aktuellen Job weg und du darfst jetzt nur noch als Spargelstecher im Sommer arbeiten. Ups, dein Geld reicht jetzt nicht mehr aus, na dann müssen wir dir sofort deine Kinder wegnehmen. Also das ist einfach nur noch krank und eine riesengroße Heuchlerei obendrauf. Der Unternehmenssprecher von Resneft, der Burka Bölki, hatte nämlich sogar damals betont, dass sie auch anderes Öl raffinieren würden und nicht nur das aus Russland. Und trotzdem wurden die jetzt einfach enteignet. Und das Krasse daran ist außerdem noch, das Öl-Embargo, das galt ja nur für den Seeweg und nicht für das Pipeline-Öl. Aber die Bundesregierung hat selber die Öl-Belieferung aus der Druschpa-Pipeline gestoppt, hat gesagt, nein, wir nehmen daraus kein Öl mehr und sich demzufolge selber in diese gefährliche Lage gebracht. Und die anderen Länder, wie zum Beispiel Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, die beziehen sogar weiterhin russisches Öl aus der Pipeline und machen vor, wie es eigentlich sein müsste. Tja, und jetzt ist die PCK halt nur noch zu 50 Prozent ausgelastet und damit völlig unwirtschaftlich. Und ständig steht auch eine Insolvenz im Raum. Und der Plan der Bundesregierung war ja eigentlich jetzt, anstelle des russischen Öl, jetzt Ersatzöl zu besorgen. Zum Beispiel aus Rostock, aus Kasachstan und auch aus dem polnischen Danzig. Ja, aber auch da gibt es massive Probleme. Wenn wir uns zum Beispiel mal das Öl anschauen, was aus Kasachstan kommen soll, dann muss das trotzdem über die Druschpa-Pipeline fließen, die ja auch über russisches Territorium läuft. Das musst du dir mal vorstellen. Deutschland nimmt selber kein russisches Öl mehr an aus der Pipeline. Wenn das Öl aber aus Kasachstan kommt und über die russische Pipeline fließt, dann ist es kein Problem. Ja, und würde Putin jetzt einfach sagen, ne, wir erlauben diesen Durchtransport über die Pipeline, die ja über unser Land läuft nicht mehr, dann hätten wir damit auch ein Problem. Die zweite Möglichkeit, um wieder an Öl zu kommen, war das polnische Danzig. Und zwar hatten die Polen und die Bundesregierung ja einen Deal gemacht, dass sie jetzt aus Danzig Öl nach Schwedt in die PCK liefern und das auch so schnell wie möglich machen sollen. Aber auch das ist gescheitert. Im Business Insider konnte man nämlich einen Artikel lesen mit dem Titel Polen blockiert Öllieferung. Da dachte ich mir, bitte was? Erst sagen die zu, uns Öl zu liefern und jetzt blockieren die es? Und im Artikel stand, bislang läuft nichts wie geplant. Die Auslastung der PCK lag in der ersten Januarwoche nur bei knapp über 50 Prozent, weil Ersatzlieferungen fast ausschließlich über Rostock kamen. Bei den Lieferungen aus Polen stockte es seit langer Zeit. Der Grund dafür war erstmal unklar. Aber wie der Sache vertraute Personen Business Insider mitteilten, kam es Mitte Januar zu einer Sondersituation. Schiffe, die dringend benötigtes Öl für die PCK geladen hatten, wurden in Danzig schlichtweg nicht entladen. Das liegt an den Rosneftankern, die Polen unter keinen Umständen entladen will. Das bestätigte das polnische Mysterium für Klima und Umwelt jetzt auf Anfrage des Business Insiders. Sie schrieben, im Bezug auf die Lieferung an Rosneft möchten wir darauf hinweisen, dass beide Länder in den unterzeichneten Erklärungen vereinbart haben, dass keine gemeinsamen Maßnahmen direkt der russischen Regierung oder den von ihr kontrollierten Unternehmen zugutekommen dürfen, weshalb das Ministerium für Klima und Umwelt keine Maßnahmen im Namen von Rosneft unterstützen will. Also das muss man sich vorstellen, Polen hat zugesagt, uns Öl zu liefern, aber da dieses Öl jetzt wieder von der russischen Rosneft kommt, sagen die, ha, machen wir doch nicht, das blockieren wir jetzt. Also das ist schon ziemlich krass. Und die russische Firma Rosneft, die hat natürlich auch angefangen vor Gericht zu klagen, ja, also unter anderem auch gegen die Enteignung der Bundesregierung. Allerdings haben wir diesen Gerichtsstreit verloren und deren Anteile an der PCK bleiben jetzt weiter unter der Treuhand der Bundesregierung. Tja, und die Bundesregierung, die macht einfach die Augen zu und sagt, wir haben nichts gesehen. Und die machen sogar noch das Gegenteil, ja. Der nächste Schritt ist nämlich, dass die jetzt ein Energiesicherungsgesetz auf den Weg bringen wollen, wonach sie die Beschlagnahmenanteile von der Rosneft sogar einfach weiterverkaufen dürfen, ja. Und ratet mal, wer diese Anteile jetzt kaufen will. Ja, es ist Polen, also wenn das kein Zufall ist. Also, meine lieben Zuschauer, für mich ist das wirklich ein beispielloser Fall von Korruption, Heuchelerei und auch Erpressung. Die Bundesregierung beendet selber den Import vom russischen Öl aus der Pipeline, obwohl sie das laut EU-Gesetzen gar nicht müsste. Damit gefährdet sie massiv die Energieversorgung in Deutschland. Danach schiebt sie diese Gefährdung der Energieversorgung der Ölfirma Rosneft in die Schuhe und die wird enteignet. Und danach erpresst uns auch noch Polen mit dem Öl aus Danzig, ja. Und die Bundesregierung schaut einfach tatenlos zu. Und ganz im Gegenteil sogar, man treibt die Enteignungspläne sogar noch weiter, ja. Um offensichtlich dann Polen die Anteile an der PCK weiterverkaufen zu können. Und an diesem Beispiel kannst du ganz deutlich sehen, wie unsere Bundesregierung aktuell arbeitet. Mit Enteignung und mit Erpressung. Und alles, ja, immer mit der Ausrede des Ukraine-Russland-Krieges. Tja, und ich sage euch jetzt mal etwas dazu. Selbst damals im Kalten Krieg, als der Westen sogar direkter Gegner von Russland war und kein anderer Staat wie die Ukraine dazwischen stand, wurde Handel untereinander getrieben, ja. Es wurden nicht wie jetzt irgendwelche Verträge gebrochen oder sogar enteignet. Das war einfach ein ungeschriebenes internationales Gesetz. Die internationalen Handelsbeziehungen und die Investitionen waren heilig. Und jetzt überlegen wir doch mal ganz genau nach. Je mehr zwei Länder miteinander wirtschaftlich verplochten und verbunden sind, desto weniger Anreiz haben die doch miteinander Krieg zu führen, weil die eben untereinander so wirtschaftlich abhängig sind. Und dazu kommt, jetzt sind wir nicht mal Gegner von Russland. Wir sind nicht im Krieg mit Russland, wenn man mal die dämliche Aussage von Baerbock mal außen vor nimmt. Wir sind nicht im Krieg und wir sind keine Gegner. Aber trotzdem macht der Westen jetzt mit seinen Sanktionen die komplette Wirtschaft und die kompletten Handelsbeziehungen kaputt. Und je mehr Handel jetzt kaputt geht, desto weniger Interesse hat Putin auch an einer Beendigung des Krieges. Und das musst du auch im internationalen Kontext ganz genau sehen. Russland liefert jetzt seine Energie anstatt zu uns lieber nach Asien. Für Russland ist das dann einfach Status Quo und Asien freut sich über die billige Energie. Wir dagegen müssen jetzt aber teures LNG-Gas aus Katar und aus den USA kaufen. Man muss es einfach mit aller Deutlichkeit sagen. Wir demontieren uns selber, sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa. Früher waren Verträge und Handelsbeziehungen heilig, aber unseren aktuellen Politiker, denen ist das einfach egal. Jetzt herrscht einfach Enteignung und Erpressung. Und das ist einfach ein riesengroßer Vertrauensschaden für die internationalen Investoren durch unsere Politiker. Deutschland wird einfach zu einer unzuverlässigen Vertragspartei. Und das heißt einfach, dass niemand mehr in Deutschland investieren wird. Warum auch? Wenn du Angst haben musst, dass deine Firmen, dass deine Gelder, dass deine Investitionen morgen enteignet werden. Ja, warum solltest du in so einem Land noch investieren? Also das ist so krass. Und dazu kommt auch, dass unsere Politiker nicht mal im Interesse des eigenen Volkes handeln. Das eigene Volk will das ja gar nicht. Die Politiker, die handeln aber im Interesse von anderen Völkern, so wie ja Frau Baerbock selber gesagt hat. Was interessiert mich meine eigene Wählerschaft? Ja, und das führt einfach zu einem massiven Vertrauensverlust. Und das natürlich wird unseren Standort, unserem Wirtschaftsstandort massiv und nachhaltig schädigen. Weil das ist ja nicht das Einzige. Dazu kommen jetzt ja auch die großen, hohen Gas- und Energiepreise. Schau dir mal die folgende Grafik an. Lange Zeit waren ja die Energiepreise, zum Beispiel die Gaspreise, in Europa im Vergleich zu USA ungefähr ähnlich. Aber dann hatten wir den Kriegsausbruch, die Sanktionen und die Energiekrise. Und seitdem zahlen wir das Fünffache für unsere Energie im Vergleich zu Amerika. Und die Asiaten, die bekommen jetzt die billige Energie aus Russland und nicht nur zum selben Preis wie wir, sondern die bekommen sogar massive Rabatte. Also die profitieren jetzt sogar doppelt. Und das ist einfach ein massiver Standortnachteil, den Deutschland, den Europa jetzt hat, im internationalen Vergleich. Und damit schießen wir uns massiv ins eigene Knie. Und das geht ja nicht nur um die Preise, es geht ja auch generell um die Versorgungssicherheit. Weil auch unsere Versorgungssicherheit mit Energie, mit Öl, mit Gas, mit Kohle, ist einfach unsicherer geworden. Siehe das Beispiel oben von dem Öl mit der peizekalen Schwedt. Und vom Gas und vom Energie brauche ich gar nicht erst zu reden. Und das ist einfach krass. Wegen diesen massiven Energiekosten, oder zum Teil deswegen, wandern einfach viele Unternehmen aus Deutschland und aus Europa ab. Die können sich einfach die hohen Energiekosten nicht mehr leisten. Es findet einfach eine Verschiebung von Produktionsstätten weg von Europa hin nach Asien und nach Amerika. Und damit natürlich auch die ganzen Arbeitsplätze, die da dranhängen. BASF geht nach China. VW und BMW gehen in die USA. Und die ganzen Zulieferer wie Schäffler, die da auch dranhängen, die gehen natürlich auch mit. Die machen einfach keine neuen Investitionen mehr in Europa. Und das ist einfach krass und das wird uns mittel- und langfristig einfach das Genick brechen. Gute Fachkräfte, die verlassen einfach zuhauf unser Land, weil die gehen natürlich mit den Firmen ja auch mit. Weil diese Fachkräfte, die die Firmen ja brauchen im Ausland, in den neuen Fabriken, in den neuen Standorten, die beziehen sie ja auch aus Deutschland. Die gehen einfach mit. Und nicht nur, dass die guten Fachkräfte aus Deutschland mitgeht, sondern die ausländischen Fachkräfte, die ja stattdessen zu uns kommen könnten, die werden einfach auch abgeschreckt, nach Deutschland zu kommen. Aus verschiedenen Gründen, ja. Wegen der Sprache, wegen den Steuern, wegen der politischen Unsicherheit und so weiter und so fort. Da hatte ich ja vor kurzem schon ein anderes Video gemacht. Und demzufolge findet einfach ein massiver Verlust an Fachkräften in Deutschland statt. Dazu kommt auch noch das Thema dann IT, Infrastruktur und Digitalisierung, wo Deutschland ja auch hinten dran ist, obwohl das das Thema der Zukunft ist. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, wie Deutschland mit Leistungsträgern umgeht, dann muss man sagen, dass es auch völlig unattraktiv ist, für Fachkräfte zu uns zu kommen. Weil für Deutschland ist es immer eher wichtig, viel umzuverteilen und einen großen Sozialstaat zu haben, anstatt die Leistungsträger zu fördern. Du kannst also sehen, Europa verliert hier gerade massiv im internationalen Wettbewerb. Und andere Regionen, wie zum Beispiel die BRIC-Staaten, die werden immer größer und immer stärker. Und die bauen sich jetzt auch schon in allen Bereichen ihre Parallelorganisationen auf. Und irgendwann ist Europa total unwichtig, auch dann für den ganzen Handel und für die ganzen internationalen Institutionen. Und da muss man sich fragen, warum gibt es denn noch keinen Aufschrei in Deutschland und Europa? Warum ist es noch so ruhig? Warum wird hier nicht demonstriert? Das liegt einfach daran, weil jetzt kurzfristig immer noch alles irgendwie zu laufen scheint. Ja, man wurstelt sich irgendwie durch, aber man muss ganz klar sagen, wir leben einfach von der Substanz. Also wir leben von unserem Kapitalstock, der in der Vergangenheit aufgebaut wurde. Die Substanz, die wir aktuell haben, also die Firmen, die Investitionen, die Infrastruktur, das ist ja verantwortlich für das aktuelle Wirtschaften, was wir in Europa und in Deutschland haben. Und damit natürlich auch verantwortlich für die ganzen Löhne, die wir zahlen können und auch für die ganzen Sozialausgaben, die wir haben. Aber diese Substanz und dieser Kapitalstock, der wird jetzt einfach immer kleiner, weil es einfach keine neuen Investitionen gibt. Wie oben gezeigt, ja, die Firmen wandern ja ins Ausland ab. Sie investieren nicht mehr in Deutschland. Wir können also nicht mal mehr unsere Substanz halten. Ich meine, die ganzen Firmen und Maschinen, die müssen ja auch repariert werden, renoviert werden. Auch das findet natürlich nicht mehr statt. Unsere Substanz wird einfach kleiner. Teilweise natürlich durch die hohen Energiekosten, aber auch durch die hohe politische Unsicherheit. Und das wird einfach massive Folgen mittel- und langfristig haben. Der Einkommenspool, den wir in Deutschland und Europa haben, der wird einfach sinken. Das heißt, es wird einfach weniger Jobs geben und die Löhne werden ebenfalls sinken. Und dadurch werden natürlich auch die Steuereinnahmen sinken. Und wenn wir weniger Steuereinnahmen haben, dann haben wir natürlich noch weniger Geld für Investitionen in unsere Infrastruktur und in unsere Bildung. Und auch unser ganzes Sozialsystem wird dann kleiner werden. Die Rente wird kleiner werden. Hartz IV wird kleiner werden. Es wird kein kostenloses Studieren mehr geben. Wir können keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Alles wird verschwinden und kleiner werden. Und von der teuren Energiewende und der Klimarettung mal ganz zu schweigen, auch dafür wird es kein Geld mehr geben. Und das ist einfach krass. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland ja eigentlich immer nur gewachsen, immer größer geworden, immer größer geworden. Der Wohlstand hat sich vermehrt und deswegen konnte sich einfach auch niemand vorstellen, dass Deutschland auch mal schrumpfen kann und an Wohlstand verliert. Und deswegen, weil sich das keiner vorstellen kann, weil das einfach ausgeblendet wird, deswegen wurschtelt man sich einfach so durch. Wie gesagt, noch. Irgendwann wird es ein großes Aufwachen geben und ein Aha-Erlebnis bei der Bevölkerung geben. Aber dann kann es sein, dass es zu spät ist oder die Rettung von Deutschland und Europa dann viel, viel teurer wird, als es jetzt ist. Und auch wenn das Benzin und die Energie jetzt nach dem Winter wieder billiger geworden ist, das heißt ja nicht, dass es irgendeine Entwarnung gibt, weil das sind alles nur kleine Effekte. Das große Thema ist einfach, wir leben, wie gesagt, von unserer Substanz, von den Leistungsgenerationen von früher, die, die alles damals aufgebaut haben. Und mit der aktuellen Politik, wie wir sie haben, wie wir sie jetzt haben, verbrauchen wir einfach unsere ganze Substanz, die wir aufgebaut haben. Wir fahren damit Deutschland gegen die Wand und schaffen Deutschland damit ab. Und deswegen, wir müssen einfach jetzt gegensteuern, jetzt, bevor es so spät ist, wir müssen einfach unsere Politik ändern und damit Deutschland wieder attraktiv für Investoren machen, attraktiv für Firmen machen, attraktiv für qualifizierte Arbeitskräfte machen. Nur wenn wir das machen, dann können wir Deutschland wieder interessant machen und auch nur dann wird alles andere, was da hinten dran hängt, wird unser ganzes Sozialsystem funktionieren, ansonsten wird nichts mehr funktionieren und dann ist wirklich alles zu spät.